Komm in den Vierfüßlerstand und schau, dass die Hände unter den Schultern und das Knie unter dem Becken steht. Greife das Band diagonal, also halte es mit der diagonalen Hand auf dem Boden fest. Kicke explosiv das Bein nach hinten oben raus, ohne in ein Hohlkreuz zu fallen. Du solltest den Po wirklich gut spüren und das Bein nicht aus dem unteren Rücken nach oben ziehen. Untertitelung des ZDF, 2020